Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Gameduell Skatmasters Video. Letztes Wochenende war das große Finale, das Live-Turnier in Berlin. Eine tolle Veranstaltung mit strahlenden Siegern habe ich ausführlich von berichtet. Doch das ist Geschichte und in dieser Woche startet jetzt die neue Saison. Also Rangliste auf 0, Ergebnisse auf 0, das Feld ist frei und kann bestellt werden. Und was das Schöne in dieser ersten Woche ist, ihr bekommt für euren ersten Versuch die 10 Euro Startgeld zurück. Das heißt, ihr spielt quasi for free. Wer also hier auf eine Gelegenheit gewartet hat, das Turnier auch mal auszuprobieren, hier ist sie. Der erste Eintrag in der Beschreibung ist mal ein Registrierungslink. Dann könnt ihr ganz einfach hier auch mitspielen. Und ihr könnt hier mal sehen, ich bin natürlich sofort dabei, wie schnell das geht. Einmal eingeloggt, einmal auf Skatmasters geklickt, in die Rangliste geschaut. Ich bin nicht der erste Spieler, der es hier versucht. Und dann starten wir direkt in die ersten drei Spiele. So viel kann ich euch schon mal verraten. Es sind ein paar interessante Dinge hier passiert, wie beim Skat. Und es geht los mit einem vielversprechenden Ansatz im ersten Spiel. Und zack, mit Karo 10 und Herzbube gleich golden gefunden. Damit werde ich natürlich auf jeden Fall jetzt einen Rang riskieren. Die Frage ist nur, wie drückst du ihn? Ich drücke hier die 0 Augen, halte die Pik 10 als Verstärkung noch in der Hand und hoffe natürlich, dass Pik auf den Tisch kommt, denn dann hätte ich ausgezeichnete Schneiderchancen. Schade, es kommt nicht Pik auf den Tisch, es kommt Herz. Gut, dafür kann ich schon mal ein vollen Untenbild verhaften. 16 Augen. Und wenn jetzt die Buben springen, und das tun sie, dann ist das Spiel schon im zweiten Stich sicher gewonnen. Allerdings, das muss man natürlich auch sagen, die Schneiderchancen gehen jetzt Richtung 0, denn ich muss selber irgendwann mit Pik antreten, wo die Buben raus sind, wird natürlich geschnippelt werden, oder es wird sich das Pik Ass jetzt hier schon auf meine Stehkarte blank geworfen. Ich kann es aber trotz alledem nicht anders vorspielen, kann also hier die Gegner nicht mehr in der Nase rumführen. Sie werden wohl einfach Pik Ass 10 und Herz Ass bekommen. Aber nichtsdestotrotz, so ist es ja auch ein guter Start in die Partie, erst mal mit einer Hausnummer, mit einem gewonnenen Grein. Ja, diese Karte glänzt natürlich nicht, schon gar nicht vor Vollen, aber ich kann natürlich mit ein bisschen Fantasie einen schlanken Nullansatz erkennen. Hab zwar natürlich zwei Faule, müsste also schon noch passend finden, andererseits, wenn ich überhaupt mit so einem Blatt rankomme, dann müssen ja fast in den dunklen Farben volle und Buben liegen, ansonsten komme ich sowieso nicht ran, habe es also mir gedacht, dass ich den 0 mal versuchen kann. Jetzt spielt Vorhand Grang und läuft gleich über die Dörfer mit zwei hingezogenen Zehnern, das heißt, da hat er ganz offenbar die Asse gedrückt, das heißt, nach 4 Stichen ist er jetzt hier schon zu Hause. Ich würde euch nur empfehlen, wenn ihr so eine Karte habt, macht es nicht ganz so offensichtlich, drückt lieber die Zehner und nicht die Asse. Damit verschleiert ihr ein wenig die Karte. Es muss ja nicht sein, dass der Gegner so schnell schon weiß, wie euer Blatt aussieht. Einen Buben hat er auch noch, das ist interessant. Dann kann man wohl sagen, dass der Aufschlag eines Buben hier dem Spiel noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hätte. Durch Bubenvorspiel ist natürlich danach auf jeden Fall ein Spieler ohne Buben und hätte nichts mehr stechen können. Nun liefen aber alle Farben und damit war das Ganze kein Problem. Also ein Gang ohne 2 für Spieler 2. Der ist damit hier an mir vorbeigegangen, wobei das natürlich im ersten Päckchen noch überhaupt nicht das interessante Ereignis ist. So, drittes Spiel. Ich habe wieder was und ein schönes Ding in Vorhand. Fünftrumpf, Pik vor allen Dingen mit beiden Vollen und ohne Vieren. Das heißt, ich kann ein bisschen mitreizen. Zwei Seiten Asse. Also das muss doch funktionieren. Und ah, an sich gut gefunden, an sich sehr gut gefunden. Karo 10 passt perfekt. Und Pik Bube, Pik Bube macht das Spiel natürlich jetzt ein wenig riskant, denn den Pik, den müsste ich jetzt Schneider spielen. So, wir können trotzdem mal schauen. Ne, aber ein Gang wird das nichts. Gerade gegen die Reizung, wo mir eine Farbe komplett fehlt und drei Buben. Das müsste sehr glücklich laufen, selbst wenn ich zwei volle drücke. Der Pik Schneider sieht aber sehr sehr stark aus. Also den wird man sehr selten nur nicht Schneider spielen. Gut, wenn vier Trumpf sitzen, dann kann es gefährlich werden. Aber so ist doch schon mal alles super. Fünf Augen, Trumpf steht ganz artig. Spieler 1 hat sicher auch noch einen weiteren Buben. Oh, das ist jetzt ein bisschen überraschend. Er trifft Karo. Der steht zu dritt dagegen. Also an sich glücklich, dass er ihn jetzt trifft. Aber Spieler 2 kann damit seine Trumpf Lusche verstechen. Und das wiederum ist jetzt eine Hypothek, denn jetzt, wenn Trumpf nicht 1,1 steht, dann kann er da wimmeln. Und das ist der Fall. Uh, 18 Augen. Wenn jetzt noch auf den letzten Buben Stichen voller fällt, dann sind sie raus. Dann bin ich geplatzt. Schön, dass ich hier erst mal Herz 10 festhalten konnte. Jetzt fehlt nur noch ein voller. Der muss jetzt zwei Spiele einsetzen. Nein, 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 ist das zu glauben. Jetzt kommen sie bei diesem Spiel tatsächlich aus dem Schneider, obwohl Trumpf 3,2 stand. Ja, das sind auch manchmal so ein bisschen die zufälligen Elemente im Spiel. Wie kam nun Spieler 1 gerade darauf, Karo zu treffen? Quasi auf den langen Weg, noch die lange Farbe. Irgendwo eine gewisse Zufälligkeit. Wenn er hier nicht Karo trifft, dann passiert mir nichts. Dann hat er zwar theoretisch noch einen Karo-Stich im Blatt, aber dafür spare ich erst mal den vollen in Trumpf und kann das Spiel kontrolliert nach Hause bringen. Jetzt habe ich tatsächlich diesen Riesen erst mal verloren. Muss also ganz kleine Brötchen backen, nachdem das erste Päckchen gleich im Minus startet. Ja, dann, also gleich mal die Ambition, ein bisschen zurückfahren, denn das weißt du schon. Wenn so ein Spiel verloren wird, dann ist es ganz schwer, da eine richtig gute Liste draus zu spielen. Diese Punkte, die fehlen irgendwo, und es ist auch so ein bisschen symptomatisch. Wenn der Wurm drin ist, dann kippt so ein Spiel um. An einem guten Tag funktionieren die natürlich alle problemlos. Gut, also nicht lamentieren, zusammenreißen, die Show muss ja weitergehen. Und diesmal ist Spieler 1 in Mittelhand mit einem Herz dabei. So, Pik hat er nicht, hat er abgeworfen. Ja, Pik 10 hier vielleicht sogar ein bisschen zu viel angeboten. Zwar habe ich 3 Trumpf, aber in Kreuz wäre womöglich eine Gelegenheit, die Pik 10 unterzubringen. Also stand ich hier vielleicht sogar noch ein bisschen neben mir und habe das nicht mal hundertprozentig konsequent weiterverfolgt. Das muss ich jetzt aber abschütteln. Das kann ich euch immer empfehlen. Wenn es beim Skat so eine bittere Niederlage gibt, auch so ein gutes Spiel zum Beispiel, was einen ja psychologisch so ein bisschen unter Druck setzt, nicht zu lange drüber nachdenken. Schüttelt das ab. Ihr könnt es ja nicht mehr ändern und fokussiert euch dann auf die nächsten Spiele. Na gut, dieses Spiel hier, was jetzt gerade läuft, das ist ja ein Riese vom Herrn. Kreuz Ass und 10 auch noch. Also da war Schneider frei. Vielleicht das höchste der Gefühle haben wir jetzt aber nicht geschafft. Also 40 Augen für Spieler 1. Tja, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann kannst du schon mal darüber nachdenken, so ein Blatt, was ich hier habe, auch wirklich zu reizen. Im Prinzip ist es vielleicht mindestens eine Karte zu dünn, noch Kreuz 10 dabei oder Karo 10 wenigstens zum Drücken. Dann kann man ernsthaft diesen Peak ohne 5 ein bisschen testen. Allerdings, wenn die beiden anderen, so wie hier, auch beide die Hand voll haben, beziehungsweise auch Spiele haben, dann wiederum spricht das dagegen. Also spätestens, wo hier zwei Mann schon am reizen sind, habe ich für mich gesagt, das ist jetzt mit dem Kopf durch die Wand, da mache ich nicht mit. Im Gegenteil, jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig, was hier passieren wird. Denn 40er Reizung von meinem Partner, ich selber eben auch noch ein paar volle in der Flosse. Was wird denn jetzt hier überhaupt passieren? Ein Kreuz Handspiel. Und da sehen wir übrigens eine Neuerung links oben im Bild. Das Handspiel wird jetzt hier in der Leiste angezeigt. Das finde ich super, denn selbst wenn man jetzt mal kurz nicht aufmerksam war und die Spielansage nicht mitbekommen hat, jetzt kann man hier sehen, dass es ein Handspiel ist. Der erste Stich, das ist natürlich quasi ein Offenbarungseid Herz, Bube von meinem Partner, also ein ganz trumpfstarkes Spiel, hier ein 8-Trümpfer, wo ich jetzt schon das Trumpf-Ass dabei legen muss. Das sieht natürlich nicht so aus, als ob wir da was beißen könnten, aber der Spieler setzt mit Trumpf fort und das deutet natürlich an, dass vielleicht einem ein Trumpf im Skat liegt, dass es vielleicht dann doch nur ein 7-Trümpfer ist. Und naja gut, wie soll der jetzt geschlagen werden? Das müssten natürlich drei sehr, sehr satte Stiche sein, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, aber da kommt schon mal der Erste, Herzkönig vermutlich blank, ein 25er Schnapper und jetzt wo ich Karo frei bin, ist doch zumindest so ein bisschen Fantasie im Spiel, dass wir mit zwei Karo-Stichen hinkommen können. Deswegen jetzt Farbe wechseln, keinen günstigen Abwurf erlauben. Pik Ass ist ja auch noch draußen, also mal in Pik gucken. Und ah, was haben wir denn da? Interessante Gegebenheit, die Skat-Oma betritt die Bühne. Das passiert dann, wenn ein Spieler freiwillig oder eben unfreiwillig in der Liste einfach den Tisch verlässt, was ja nicht so gedacht ist. Dann kommt die Skat-Oma und spielt für ihn weiter, sodass für die anderen beiden Spieler das Päckchen ganz normal gewertet werden kann. Und die Skat-Oma sticht hier gleich rein. Das heißt, oh, oh, ich ahne etwas, hat sie etwa tatsächlich, ja, wir haben sie erwischt auf der Karo 10. Nun kann man der Skat-Oma da keinen Vorwurf machen. Die war ja nur noch die letzten Stiche am Tisch und konnte quasi das Elend nur zu Ende spielen. Das hat ihr Partner vielleicht oder ihr Vorgänger dann nicht gut vorbereitet mit dem leeren Trumpfzug. Damit hat das uns ein bisschen leicht gemacht und ist ja wirklich auch eine üble Nummer. Pik Ass und Karo Bube im Stock trotzdem das Spiel verloren. Ja, da kann man nur sagen, Oma sei nicht traurig. Da kannst du noch mal mit deinem Enkelkind drüber sprechen, warum der denn die Trumpf Lusche gezogen hat, wo das Trumpf Ass schon draußen war. Ich freue mich trotzdem, dass ich euch die Skat-Oma mal vorstellen kann, denn die spielt eine ganz steile Karte. Das kann man nicht anders sagen. Die ist nicht so, dass es jetzt leichtes Spiel wäre für die anderen. Sie reizt ihr Blatt, sie spielt jetzt hier einen Pik. Und das sieht alles ganz souverän aus. Also Karo Ass nimmt sie raus, kommt Trumpf, der nächste Bube. Gut, Kreuz Ass wahrscheinlich blank gespielt von meinem Partner. Dann müsste die Oma noch zwei haben. Dafür ist sie aber trumpfstark. Übrigens, natürlich nützt es dir nichts, wenn du hier im Angesicht der drohenden Niederlage einfach vom Tisch verschwindest und die Skat-Oma für dich fertig spielen lässt. Wer sowas macht, der bekommt 700 Minuspunkte, ist damit quasi auch raus aus der Geschichte. Das ist also hier kein Feature, was man mit Absicht suchen sollte. Höchstens eine Notlösung, das können wir hier auch sehen. Ja, wie sieht es bei mir aus? 62 Punkte, jetzt insgesamt drei Päckchen gespielt. Dazwischen hatte ich schon ein schwächeres Päckchen übersprungen. Also das ist noch nicht so doll. Und hier im Zwischenstand können wir sehen, oben hat ein Spieler schon über 2000 Punkte auf die Uhr gebracht. Also das musst du erst mal schlagen. Wir sind jetzt aber schon im achten oder neunten Päckchen, also im letzten Drittel der Serie. Es ging bei mir so weiter, wie es angefangen hat. Es lief nichts so richtig zusammen. Jetzt habe ich aber hier nochmal ein Päckchen rausgesucht, wo wenigstens mal ein wenig Material auch bei mir angekommen ist. Das könnt ihr hier sehen. Endlich mal in Vorhand was zum Reizen. Zwei Buben, As-10, As-10, noch eine blanke 10. Logisch, die Karte geht jetzt auf Grang durch. Bin bei 27 drin, und naja, Pik 10, immer noch der sechste Volle. Gar nicht so schlecht. Mit 20 im Keller hast du doch ein bisschen besseres Gefühl, denn einen Buben auszuspielen, das kann man sich bei diesem Grang natürlich nicht erlauben. Wenn die dann zusammenstehen, dann wird es schnell knapp. Also über die Dörfer. Und hier sehen wir 12 Augen, erstmal eingestochen und mit Karo 7 an sich eine unangenehme Karte für mich getroffen, weil ich da nicht an einen vollen Rand kommen kann. Gut, nun werfen wir ab auf 23. So, zwei Bilder, wäre auch schon ein Angebot zum Stechen, aber ich habe das so ein bisschen durchgezählt. Das sollte jetzt ganz knapp lang, auch wenn ich so abschmeiße, auf 29. Jetzt kommt eine Lusche, dann kann ich sogar noch Kreuz abschmeißen. Selbst wenn hinten, ja, selbst wenn hinten das Pik Ass der letzte Volle im Spiel gewimmelt wird, auf 41 ist das Spiel schon gewonnen, denn es ist eben nur noch Kreuz Ass und 10 als Volle unterwegs, und da kann höchstens jetzt nochmal ein Voller mit einem Bild gestochen werden. Ja, auf 57 sind die anderen gekommen, also durchaus glücklich, dass da nicht die Herzdame im zweiten Stich rein ging, in die Herz 10, dann wiederum hätte ich wohl zwischendrin auch mal die Bilder stechen müssen. So ging das Spiel nach Hause. Und da haben wir wieder einen schönen Ansatz, ein sehr schönes Herzspiel. Fraglich ist ja an sich hier nur, komme ich denn bei 30 ran? Ja, es gelingt, denn über das Handspiel hätte man natürlich wieder nachdenken müssen mit der blanken 10. So können wir erstmal schauen. Und die Findung ist gut. Nicht zum Gang, kein Bube, aber den siebten Trumpf und noch eine 10 zu quetschen, das sieht jetzt natürlich auch wie ein relativ komfortables Spiel aus. So, Karo nehme ich raus, da lasse ich gar nichts erst anbrennen. Mit dem Vollen ist das Spiel schon fast sicher zu Hause. Und hier, interessant, Spieler 2 hat hier vielleicht nicht ganz geglaubt, dass der Kreuz Bube blank ist, oder hat er noch irgendwie eine Fantasie, seinen Trumpf Ass zu schonen. Das ist natürlich optimistisch, wo er nur noch zwei Trumpf hat. Karo steht auch ordentlich, also jetzt ist Schneider ja schon gar nicht mehr zu verhindern. Mit dem Buben hole ich den Pik Buben raus und mit Karo Buben schnappe ich mir dann das Trumpf Ass. Ja, also das war jetzt ein ganz ungefährder Sieg. Kann man allerdings auch sagen, wo alles so glatt stand, hat das nicht mal einen Unterschied gemacht, ob ich das Trumpf Ass nun bekommen oder nicht. Und das letzte Päckchen, das letzte Spiel in diesem Päckchen, das ist diesmal wieder nichts. Da steige ich aus, bin aber natürlich mit diesen ersten beiden Spielen ganz gut bedient. Und was kommt jetzt draus? Einen kranken Hand nochmal. Wir sehen einen kranken Hand bei 20er Reizung. Erste Überraschung, der ist erstmal ohne 2. also wahrscheinlich schon darauf spekuliert aufgrund der 20er Reizung, dass die Jungs verteilt waren. Das hat dann schon mal hingehauen. Sieht für uns dann natürlich alles andere als aussichtsreich aus. Gut, nun kriege ich hier meine blanke Herz 10 nach Hause, immerhin. Aber ja, was soll mir das groß nützen? Der Alleinspieler hat vermutlich geschnippelt. Und Mensch, sieh mal einer an. Kreuz Ass fehlt ihm auch und die lange Kreuzfarbe also durchaus wohl ein etwas gewagter Gang hat. Wenn da die Jungs in einer Hand gestanden hätten, dann wäre das Ding sehr, sehr knifflig geworden. So aber ist natürlich alles gut. Spieler kann stechen und ja, erwartungsgemäß geht er jetzt über die Dörfer. So, und hier baue ich jetzt mal eine kleine Finte ein. Nicht, dass ich da jetzt große Erfolgsaussichten einräume. Wo der Karo König von meinem Partner schon fiel, hat also der Alleinspieler natürlich den Drilling in Karo Ass 10, 7. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Falle aufgebaut. Und ui, da ist er tatsächlich reingetappt. Er müsste an sich ja noch seine beiden anderen Asse haben. Davon wird er jetzt wo eins nicht mehr nach Hause bekommen. Denn ich komme mit der Karo 9 ran. Für den Spieler sicher überraschend. Und kann jetzt erst noch mal ein paar Kreuzen ziehen. Und jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, was der Spieler macht. Und er entscheidet sich auch noch falsch. Er wirft das Pik Ass ab. Und dann bekomme ich auch noch das Herz Ass. Oh nein, da haben wir ihn tatsächlich gelackmeiert. 54 Augen, Pik 10 noch im Stock. Also das war jetzt natürlich mal ganz großes Tennis, ganz großer Skat. Kann man es so rum sehen. Oder auch ein bisschen unglücklich vorgetragen von dem Spieler. Der hat sich da wirklich von mir anschmieren lassen. Gut, mir persönlich hat das jetzt gar nicht so viel genutzt. Ich habe zwar jetzt hier mal ein sehr starkes Päckchen gespielt, aber mein erstes Wochenturnier, das könnt ihr hier sehen, ist zu Ende gegangen mit 781 Punkten. Also das langt natürlich nicht für einen Geldpreis. Das langt für gar nichts. Das ist ein erster, ja, ersten C ins Wasser gehalten. Dieses Turnier ist ein Einstand. Aber da werde ich jetzt natürlich noch weiterspielen. Weitere Versuche werden folgen. Hoffe, wie gesagt, ihr seid auch mal dabei. Probiert gerne mal das Turnier. Es lohnt sich. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wie immer. Gut Blatt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020